Herzlich willkommen bei Hart und Trocken. Mein Name ist Dirk Schieborn und in diesem Video möchte ich euch einiges erzählen über Anfangswertprobleme und Randwertprobleme. In unserem letzten Video haben wir gewöhnliche Differenzialgleichungen betrachtet und dabei festgestellt, dass die sogenannte allgemeine Lösung einer Differenzialgleichung immer aus einer ganzen Schar von Lösungen, also einer Menge verschiedener Lösungen, besteht. Deswegen besteht grundsätzlich die Möglichkeit, unter all diesen vielen verschiedenen Lösungen der Differenzialgleichungen diejenige auszuwählen, die noch eine oder mehrere weitere Bedingungen erfüllt. Man kann aus der Funktionenschar der allgemeinen Lösung also eine bestimmte Lösung auswählen durch Angabe weiterer Bedingungen. Tatsächlich steigt die Anzahl der Freiheitsgrade, das heißt die Anzahl der möglichen zusätzlichen Bedingungen, die man stellen kann, mit der Ordnung der gewöhnlichen Differenzialgleichung an. Präzise gesprochen gilt, dass die Anzahl der zusätzlichen Bedingungen mit der Ordnung der Differenzialgleichung übereinstimmen muss. Je nach Eigenschaften dieser zusätzlichen Bedingungen gelangt man so zu Anfangswertproblemen bzw. zu Randwertproblemen. Wir definieren zunächst den Begriff Anfangswertproblem. Ein Anfangswertproblem, oder auch kurz AWP, besteht aus einer Differenzialgleichung der Ordnung n und genau n sogenannten Anfangsbedingungen in Form von Funktionswert und Ableitungen an einer einzigen Stelle x0. Man schöpft also die n-Freiheitsgrade, die eine Differenzialgleichung der Ordnung n mit sich bringt, aus, indem man Wertevorgaben an einer einzigen Stelle x0 macht, sowohl für die Lösung selbst als auch für ihre verschiedenen Ableitungen, konkret gesprochen für die erste Ableitung, zweite Ableitung und so weiter, bis zur n-ersten Ableitung, also ein Grad niedriger als die Ordnung n der Differenzialgleichung selbst. Zur Erinnerung, die Ordnung einer Differenzialgleichung entspricht dem Grad der höchsten Ableitung, der in ihr vorkommt. Dies führt also konkret zu diesen n-Bedingungen, die die Lösungsfunktion y neben der Differenzialgleichung selbst erfüllen muss. Man erkennt, dass die Werte Vorgaben für diese n-Funktionen alle an einer einzigen Stelle x0 erfolgen. Diese Stelle bzw. dieser Punkt wird in vielen physikalischen Situationen, bei denen Anfangswertprobleme auftreten, als zeitlicher Anfang verstanden. Daher der Begriff Anfangswertproblem. In diesem Sinne also wird die unabhängige Variable x oft als Zeit aufgefasst und in vielen Fällen auch mit t benannt. Schauen wir uns ein einfaches Beispiel für ein Anfangswertproblem an. Es besteht aus der Differenzialgleichung y' plus 9y gleich 0, also eine Differenzialgleichung zweiter Ordnung. In diesem Fall dürfen wir also zwei zusätzliche Wertevorgaben machen, und zwar für die Lösungsfunktion y selbst, sowie für ihre erste Ableitung, an einem gemeinsamen Punkt, der in diesem Fall 0 ist. Um es nochmals zu betonen, die Tatsache, dass diese Zusatzbedingungen am selben Punkt gewählt werden, ist der Grund dafür, dass es sich hier um ein Anfangswertproblem und nicht etwa, wie wir gleich sehen werden, um ein Randwertproblem handelt. Bei der Lösung eines Anfangswertproblems hilft es, das Anfangswertproblem in natürlicher Sprache darzustellen. In diesem Fall hieße das, aus allen Lösungsfunktionen der Differenzialgleichungen suchen wir also diejenige, die an der Stelle 0 den Wert 1 und die Ableitung minus 6 hat. Um ein Anfangswertproblem zu lösen, beginnen wir stets mit der Bestimmung der allgemeinen Lösung der Differenzialgleichung, das heißt der Gesamtheit aller möglichen Lösungen für diese Differenzialgleichung. Diese Lösungschar wird meist über eine Funktionsgleichung angegeben, in der noch einer oder mehrere freie Parameter enthalten sind. Durch geschicktes Raten, Probieren und Modifizieren findet man die allgemeine Lösung für das Anfangswertproblem als y von x ist gleich c1 mal sin 3x plus c2 mal cos 3x. Der Witz hieran ist, dass die zweite Ableitung von sin 3x minus 9 sin 3x ist und die zweite Ableitung von cos 3x ebenfalls minus 9 cos 3x ist. Da es sich bei dieser Differenzialgleichung um eine sogenannte lineare Gleichung handelt, ergibt sich die allgemeine Lösung als Linearkombination aus diesen beiden speziellen Lösungen. Zur Theorie der linearen Differenzialgleichung verweise ich auf ein extra Video. Durch die Wahl konkreter Werte für die Parameter c1 und c2 erhalten wir jeweils eine spezielle Lösung der Differenzialgleichung. Wir wollen die Werte für die Parameter so wählen, dass diese spezielle Lösung an der Stelle 0 den Wert 1 hat und dass die Ableitung dieser speziellen Lösung an der Stelle 0 den Wert minus 6 hat. Das sind unsere beiden Anfangsbedingungen. Bevor wir das Anfangswertproblem jetzt rechnerisch zu Ende lösen, schauen wir uns zunächst eine grafische Darstellung an. Ich habe hier die allgemeine Lösung als blaue Kurve dargestellt mit der Möglichkeit, die Werte der Parameter c1 und c2 über Schieberegler zu verändern. Das heißt, ich kann hier die Werte ändern und entsprechend ändert sich auch der Graph der Funktion. Es ist wichtig zu realisieren, dass egal wie ich die Einstellung für c1 und c2 vornehme, jede entstehende Funktion eine Lösung für die Differenzialgleichung ist. Wir müssen jetzt unter all diesen Lösungen diejenige finden, die die Anfangsbedingungen erfüllt. Die Anfangsbedingungen habe ich hier in orange dargestellt, einmal über diesen Punkt, was bedeuten soll, dass die Funktion an der Stelle 0 den Wert 1 haben soll. Auf der anderen Seite durch diese Gerade, was andeuten soll, dass die Steigung der Funktion an der Stelle 0 minus 6 sein soll. Das hier sollte also die Tangente an die Funktion sein. Jetzt können wir mal versuchen, durch Wahl der Parameter diese Anfangsbedingungen möglichst gut zu erfüllen. Sieht schon, jetzt wird es sehr groß. Ja, hier ist es ganz interessant, hier trifft die blaue Funktion jetzt also sehr gut den orangenen Punkt. Offenbar, wenn wir für c2 den Wert 1 gewählt haben. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir c1 verändern. Wunderbar. Die Tatsache, dass die blaue Funktion durch den Punkt geht, wird dadurch nicht verändert. Wir können also durch die Einstellung von c2 jetzt versuchen, die Tangente zu treffen. Das scheint vielleicht so ganz gut zu sein. Vielleicht ist es bei minus 2. Versuchen wir mal, minus 2 genau zu wählen. Gar nicht so einfach. So, minus 2. Sieht doch sehr gut aus. Die Funktion geht durch den Punkt und scheint auch die orangene Strecke als Tangente zu haben. Können wir noch ein bisschen ran. Das sieht doch wirklich sehr gut aus. Insofern ist das hier vielleicht ein sehr guter Kandidat für die Lösung des Anfangswertproblems, das wir jetzt rechnerisch lösen. Die Lösung für das Anfangswertproblem rechnerisch zu finden, ist keine große Sache. Wir müssen einfach den Wert 0 sowohl für die Funktion wie auch ihre erste Ableitung einsetzen und die Ergebnisse mit den Zahlen 1 bzw. minus 6 gleichsetzen. Wir beginnen mit dem Einsetzen in die Funktion selbst. Dadurch ergibt sich y an der Stelle 0 und jetzt wählen wir unten die Darstellung in der blauen Box und erhalten c1 Sinus 3 mal 0, das heißt Sinus an der Stelle 0, plus c2 Cosinus ebenfalls 3 mal 0, das heißt Cosinus an der Stelle 0. Jetzt ist der Sinus an der Stelle 0 0 und der Cosinus an der Stelle 0 ist 1, sodass wir insgesamt erhalten c2. Und das setzen wir jetzt also gleich dem Wert, der uns in der Anfangsbedingung für y0 vorgegeben ist und das ist die 1. Damit erhalten wir also den Parameterwert für c2, nämlich 1. Das entspricht genau dem, was wir vorhin auch in der grafischen Darstellung gefunden haben. Machen wir weiter mit der zweiten Anfangsbedingung. Hierzu müssen wir zunächst die erste Ableitung von y allgemein berechnen, also y' von x ist gleich 3c1 Cosinus 3x, ja die Anwendung der Kettenregel, minus 3c2 Sinus 3x, nochmal die Anwendung der Kettenregel. Wenn wir jetzt in diese Funktion den Werten 0 einsetzen, dann erhalten wir y' an der Stelle 0 ist gleich 3xC1 Cosinus 3x0, das ist wieder Cosinus 0, minus 3xC2 Sinus, 3x0, also Sinus an der Stelle 0. Und wieder haben wir Cosinus an der Stelle 0 ist 1, Sinus an der Stelle 0 ist 0 und somit ergibt sich 3c1. Und das setzen wir gleich dem Wert der zweiten Anfangsbedingung, das war minus 6. Diese letzte Gleichung können wir jetzt durch 3 teilen, sodass wir c1 gleich minus 2 erhalten. Auch das entspricht dem Wert, den wir für c1 in der grafischen Darstellung gefunden haben. Die Lösung des Anfangswertproblems heißt also y von x ist gleich minus 2 Sinus 3x plus Cosinus 3x. Und damit sind wir fertig. Als nächstes definieren wir den Schwesterbegriff zum Begriff des Anfangswertproblems, und zwar das Randwertproblem. Ein Randwertproblem, oder auch kurz RWP, besteht aus einer Differenzialgleichung der Ordnung n und genau n Randbedingungen in Form von Funktionswerten und Ableitungen an mindestens zwei verschiedenen Stellen. Genau wie beim Anfangswertproblem bestimmen wir also zunächst die allgemeine Lösungschar der Differenzialgleichung und wählen dann daraus eine spezielle aus, die zusätzlich die n Randbedingungen erfüllt. Im Unterschied zum Anfangswertproblem sind diese zusätzlichen Bedingungen jetzt nicht ausschließlich an einer Stelle, also an einem Punkt x0 definiert, sondern eben an mindestens zwei oder auch mehr Stellen. Das physikalische Bild dahinter besteht darin, dass die beiden Stellen ein Gebiet umfassen und selbst den Rand dieses Gebietes bilden. Somit sind die Bedingungen also am Rand des Gebietes formuliert. In diesem Bild spielt die unabhängige Variable x nicht die Rolle der Zeit, wie beim Anfangswertproblem, sondern meist eine räumliche Rolle, sodass von Gebiet und Rand des Gebietes gesprochen werden kann. In unserem Fall bei gewöhnlichen Differenzialgleichungen, die ja nur von einer Variablen abhängen, ist der Begriff des Gebietes fast etwas zu weit gegriffen. Passender wäre hier von einem Intervall zu sprechen, aber auch ein Intervall kann Randpunkte haben. Wir schauen uns auch hier ein Beispiel an. Ein Randwertproblem ist gegeben durch y' plus 9y gleich 0. Das ist die Differenzialgleichung und übrigens dieselbe Differenzialgleichung, wie bei unserem vorherigen Beispiel zum Anfangswertproblem, und den beiden Randwerten. Einmal y an der Stelle 0 soll 1 sein und y an der Stelle pi halbe soll minus 1 sein. Das heißt, wir haben hier zwei Wertevorgaben für die Lösungsfunktion y an zwei verschiedenen Stellen, nämlich 0 und pi halbe. Aus allen Lösungsfunktionen der Differenzialgleichung suchen wir also diejenige, die an der Stelle 0 den Wert 1 und an der Stelle pi halbe den Wert minus 1 hat. Bevor wir es rechnerisch lösen, schauen wir uns wieder die grafische Darstellung an. Wieder stellt die blaue Kurve die allgemeine Lösung für die Differenzialgleichung dar, die ja dieselbe ist wie in unserem vorherigen Beispiel. Und wieder kann ich über die beiden Schieberegler die Werte der beiden Parameter c1 und c2 entsprechend wählen. Was anders ist wie im Beispiel davor sind nun die beiden Bedingungen, nämlich die beiden Randbedingungen. Einmal soll an der Stelle 0 der Wert 1 angenommen werden und zum anderen soll an der Stelle pi halbe, was ungefähr 1,51 ist, der Wert minus 1 angenommen werden. Wir müssen also die beiden Schieberegler so einstellen, dass die blaue Kurve die beiden orangenen Punkte trifft. Wenn wir hier einsetzen für c2, dann sehen wir, dass die Kurve durch den Punkt 0,1 geht. Das kennen wir schon vom vorherigen Beispiel. Jetzt versuche ich c1 so einzustellen, dass wir den anderen Punkt treffen. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Offenbar auch für den Wert c1 gleich 1. Wenn wir also beide gleich 1 wählen, scheint die Kurve die beiden Randbedingungen zu erfüllen. Übrigens ist das Gebiet beziehungsweise das Intervall, von dem ich vorhin sprach, durch eben diese Randpunkte begrenzt. Das heißt, es verläuft von 0 bis pi halbe. Eine typische Denkweise bei Randwertproblemen ist, dass die beiden Wertevorgaben am Rand die Lösungsfunktion einspannen. Das heißt, innerhalb des Gebietes oder des Intervalls muss die Lösungsfunktion der Differenzialgleichung gehorchen, während sie an den Randstellen in vorgegebener Form eingespannt ist. Um die Lösung des Randwertproblems rechnerisch zu bestimmen, schreiben wir zunächst die allgemeine Lösung hin. y von x ist gleich c1 mal Sinus 3x plus c2 mal Cosinus 3x. Als nächstes setzen wir die beiden Randbedingungen ein. Zunächst y an der Stelle 0 ergibt c1 mal Sinus an der Stelle 0 plus c2 mal Cosinus an der Stelle 0. Cosinus an 0 ist 1, Sinus an 0 ist 0, sodass c2 übrig bleibt. Und das soll gleich 1 sein. Somit haben wir bereits den Wert für c2 gefunden, nämlich 1. Als nächstes setzen wir pi halbe ein. Das heißt y an der Stelle pi halbe ist gleich c1 mal Sinus. Jetzt haben wir Sinus 3x, also Sinus 3 mal pi halbe, das heißt Sinus von 3 halbe Pi plus c2 Cosinus an der Stelle 3 halbe Pi. Die Sinusfunktion nimmt an der Stelle 3 halbe Pi den Wert minus 1 an und die Cosinusfunktion nimmt an dieser Stelle den Wert 0 an. Und das setzen wir jetzt gleich dem Wert, der vorgegeben ist, nämlich minus 1. Insgesamt erhalten wir also minus c1, c2 fällt weg, ist gleich minus 1. Und das ist c1 ist gleich 1. Das entspricht wieder den Werten, die wir auch in der grafischen Betrachtung gefunden haben. Die Lösung des Randwertproblems heißt also y von x ist gleich Sinus 3x plus Cosinus 3x. Übrigens nennt man eine solche einzelne Lösungsfunktion einer gewöhnlichen Differenzialgleichung, wie wir sie in Anfangs- oder Randwertproblemen durch die zusätzlichen Bedingungen gegeben haben, spezielle oder partikuläre Lösung der Differenzialgleichung. Grundsätzlich können wir als Lösungsstrategie von Anfangs- und Randwertproblemen Folgendes festhalten. Eine Lösungsstrategie für Anfangs- und Randwertprobleme ist es, zunächst die allgemeine Lösung der Differenzialgleichung zu bestimmen und dann unter diesen Lösungen diejenige zu finden, die die Anfangs- und Randbedingungen erfüllt. Somit gehen wir also von der allgemeinen Lösung in eine spezielle bzw. partikuläre Lösung über. Übrigens gibt es auch Fälle von Randwertproblemen, bei denen keine Lösung bzw. keine eindeutige Lösung gefunden werden kann. Schauen wir uns ein Beispiel an, wo das Randwertproblem keine Lösung hat. Die allgemeine Lösung ist wieder, wie bei den Beispielen davor, diese hier. Aus der ersten Randbedingung y0 gleich 1 folgte c2 gleich 1. Das hatten wir in den vorherigen Beispielen schon so gerechnet. Jetzt wird es aber spannend, wenn wir die zweite Randbedingung ins Spiel bringen, nämlich y von Pi gleich 0. Hier setzen wir also Pi ein und bekommen y von Pi ist gleich c1 sin 3 Pi plus c2 cos 3 Pi. Sinus an 3 Pi ist 0, cos 3 Pi ist minus 1 und das soll sein gleich 0. Wenn wir vereinfachen, was bleibt übrig? Der erste Summand fällt weg und es bleibt übrig minus c2 gleich 0 bzw. c2 gleich 0. Damit liefert also die erste Randbedingung c2 gleich 1 und die zweite Randbedingung c2 gleich 0. Das ist offenbar ein Widerspruch. Es gibt also keine Werte für c1 und c2, sodass das Randwertproblem erfüllt ist. Das zweite Beispiel ist identisch zum ersten bis auf die zweite Anfangsbedingung. Hier heißt es y von Pi gleich minus 1. Die erste Anfangsbedingung y0 gleich 1 liefert wieder c2 gleich 1 und bei der zweiten Randbedingung müssen wir wieder Pi einsetzen, also y von Pi gleich c1 sin 3 Pi plus c2 cos 3 Pi, was sich wieder zu minus c2 vereinfacht. Das soll nun allerdings minus 1 sein, sodass wir daraus ableiten, dass c2 gleich 1 ist. Somit haben wir nun zwei Bedingungen abgeleitet, die beide sagen, dass c2 gleich 1 ist. Diese Bedingungen widersprechen sich natürlich nicht, sondern sind identisch. Wenn wir c2 gleich 1 wählen, dann sind offenbar beide Randbedingungen erfüllt. c1 allerdings ist gar nicht involviert in den abgeleiteten Bedingungen. Das heißt, wir können c1 beliebig wählen. Dadurch allerdings gibt es plötzlich unendlich viele Lösungen für das Randwertproblem. Es hat insbesondere also keine eindeutige Lösung. Soweit in diesem Video zu Anfangs- und Randwertproblemen. Im nächsten Video beschäftigen wir uns mit Richtungsfeldern und Trajektorien von Lösungen von Differenzialgleichungen. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.